Musik Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen meinen Aufsatz vorstellen mit dem Titel Kann Jogi Weltmeister? Phrasologische und konstruktionsgrammatische Überlegungen zu einer aus Laien sprachkritischer Sicht a-grammatischen Konstruktionen. Ich denke, die im Titel meines Aufsatzes enthaltene Frage Kann Jogi Weltmeister lässt sich angesichts des Erfolgs der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Brasilien klar mit Ja beantworten. Ja, er kann. Jogi kann Weltmeister. Im Folgen möchte ich aber selbstverständlich nicht den Gewinn der Weltmeisterschaft Revue passieren lassen, sondern aus sprachwissenschaftlicher Perspektive mich etwas genauer mit der doch recht ungewöhnlichen Frage Kann Jogi Weltmeister auseinandersetzen? Die ich übrigens in einem Bericht der Hamburger Morgenpost entdeckt habe. Genauere Beobachtungen zeigen, dass sich darüber hinaus über diese Frage hinweg noch zahlreiche weitere Beispiele anführen lassen, in denen dieser Fragentyp realisiert ist, so wie in der Schlagzeile Kann per Steinbrück Kanzler oder auch Kann Messi auch England? Zudem lassen sich nicht nur Fragen finden, sondern auch Aussagesätze, die nach diesem Schema konstruiert sind. Wie beispielsweise, Berlin kann Brandschutz oder auch Til Schweiger kann Tatortkommissar, über die man sicherlich streiten kann. Und auch auf Wahlplakaten hat diese Konstruktion bereits Einzug erhalten. So wirbt die Kölner SPD mit der Aussage, wir können Köln. Wie Sie sehen, sind jedoch nicht alle Sprecherinnen und Sprecher so glücklich mit dieser Formulierung. Die Sprachkompetenz wird mittels sogenannten Plakatbustings in Frage gestellt, in dem der ursprüngliche Spruch abgewandelt wird in Wir können keine ganzen Sätze. Bereits hier zeigt sich die Kritik an einer solchen Aussage. Und auch in diversen Onlineforen, auf die ich während meiner Recherche gestoßen bin, wird lebhaft über diese Konstruktion diskutiert. Für die sich dort austauschenden User ist der Fall eindeutig. Es handele sich bei den gerade gesehenen Beispielen um ungrammatische Sätze, da diesen schlicht ein Vollverb fehle. Können, so die allgemeine Auffassung, darf nicht alleine stehen. Exemplarisch möchte ich Ihnen hierfür einen Kommentar des Users Tortilla anführen. Warum immer dieses Mistdeutsch? Kann Merkel Kanzlerin? Kann Klopp Europa? Kann Hartwig Bach? Was bilden sich die Medien eigentlich ein? Jetzt reicht es langsam. Wenn man das mal als Stilmittel einsetzt, ist es okay. Aber doch verdammt nochmal nicht immer. Mir reicht es. Die Frage ist doch, kann der Deutsch? Nun, meiner Meinung nach kann jemand Deutsch, der diese Konstruktion gezielt einsetzt. Denn aus sprachwissenschaftlicher Perspektive sehe ich in einer solchen Frage, wie kann Jogi-Weltmeister, keine fehlerhafte, ungrammatische Form. Vielmehr handelt es sich bei der gesamten Konstruktion um eine feste sprachliche Einheit, um eine Art Redewendung, in der Fachsprache als Phrasologismus bezeichnet. Phrasologismen kennen Sie alle und verwenden Sie tagtäglich. Beispielsweise jemanden auf die Palme bringen, klipp und klar, gut Ding will Weile haben oder auch auf Wiedersehen. Das Besondere ist nun, dass es auch solche festen Wendungen gibt, die Leerstellen aufweisen, in die je nach Kontext und Situation bestimmte Wörter eingesetzt werden können. Wie beispielsweise X ist X, also sowas wie Befehl ist Befehl oder Geschäft ist Geschäft. Oder auch von X zu X, von Mann zu Mann, von Frau zu Frau, von Student zu Student. Oder typisch X, typisch Franzose, typisch Lehrer. Auch bei der hier behandelten Konstruktion liegt eine solche feste Wortverbindung mit Leerstellencharakter vor. So lässt sich die abstrakte Struktur als kann XY, beziehungsweise wenn es ein Aussagesatz ist, als X kann Y beschreiben. In die Leerstellen treten dann Substantive. Die Bedeutung der Konstruktion kann wie folgt paraphrasiert werden. X kann Y heißt demnach so viel wie, X ist in der Lage, besitzt das Potenzial, die Fähigkeit, die Kompetenz, das, was in die Y-Stelle eintritt, auszuführen, zu leisten, zu bestreiten, anzugehen. Eine Aussage wie Till Schweiger kann Tatortkommissar bedeutet dann demnach so viel wie, der Schauspieler Till Schweiger ist in der Lage, besitzt die schauspielerischen Fähigkeiten, die Rolle als Tatortkommissar überzeugend und zufriedenstellend zu spielen. Die Frage kann Jogi Weltmeister demnach so viel wie, ist der Bundestrainer Joachim Löw überhaupt in der Lage, besitzt er die Fähigkeit, die Trainerkompetenz, die deutsche Fußballnationalmannschaft zum Weltmeistertitel zu führen. Betrachtet man nun oder widmet man sich nicht nur strukturellen und inhaltlichen Aspekten, wie wir das gerade getan haben, sondern schaut sich auch gezielt die Gebrauchskontexte dieser Konstruktion an. Also wo wird sie verwendet? So zeigt sich, dass sie vor allem in Schlagzeilen und Überschriften von Pressetexten auftritt, aber eben auch schon in Fließtexten und sogar in gesprochener Sprache. Wie beispielsweise, wir können doch noch Derby von Jürgen Klopp nach einem Sieg über Schalke 04 oder können die Italiener auch Schlussspurt von Bela Reti und von einem CDU-Politiker, die CDU kann auch Großstadt. Ja, insgesamt lässt sich also festhalten, bei einer solchen Frage, wie kann Jogi Weltmeister, liegt kein ungrammatischer Satz vor, sondern eine feste, modellartige Wortverbindung mit eigenständiger Bedeutung, die vor allem im Bereich der Medien und der Presse in jüngster Zeit vermehrt anzufinden ist und die eher als Produkt sprachlicher Kreativität zu werten ist. Auch in den von mir entdeckten Foren finden sich Befürworter dieser Konstruktion. So entgegnet beispielsweise ein User dieser Meinung, die wir vorhin von Tortilla gesehen haben, wie folgt. Ich sehe da kein Problem, weil es doch zeigt, dass die deutsche Sprache auch weiterhin im Wandel ist und nicht einfach nur von einer deutschen Behörde oder dem Duden festgelegt wird. Solche sprachlichen und grammatikalischen Anpassungen sind eine ganz normale Sache und ein Zeichen einer lebendigen Sprache. Jeder versteht es, daher ist alles gut. Kann Tortilla Anpassung? Dem ist aus sprachwissenschaftlicher Perspektive sicherlich nichts mehr hinzuzufügen. Zu guter Letzt bleibt aber aus fußballdeutscher Sicht nur noch zu hoffen, dass Jogi auch im Jahre 2018 noch Weltmeister kann, nämlich dann, wenn die nächste Fußballweltmeisterschaft stattfindet und sich im Vorfeld auch die Frage stellen wird, kann Jogi auch Titelverteidigung? Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Der Winner ist... Können Sie es lesen? Ja, ja. Sören Stumpf. Bravo! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020